Im nördlichen Massailand Tansanias, unmittelbar im ostafrikanischen Graben, entstanden von Millionen von Jahren vulkanische Bergformationen. Eine von ihnen wird Lossemingori genannt. Die Höhe prägt ein immergrüner Bergdschungel, der einen fast unwirklichen Kontrast zur Savanne der Ebene bildet. Der Urwald, die faszinierende Nebelwelt aus Bäumen, Mosen und Flechten, bildet die Kulisse für die fantastische Jagd auf den afrikanischen Bergbüffel. Eine Jagd, wie sie ursprünglicher und spannender kaum sein kann. Der Bergbüffel ist wachsamer und ausdauernder Bewohner der Hang- und Tallagen des Vulkanberges. Die kraftvolle Statur und eine sichtbare Wehrhaftigkeit sind beeindruckende Kennzeichen kapitaler Bullen, deren Gefährlichkeit nicht zu unterschätzen ist. Nur mit erheblichem körperlichem Einsatz, Ausdauer, Mut und eiserem Willen gelangt der Jäger hier zum Erfolg. Oft nach tagelanger Pirsch auf der Spur des Büffels. Eine Pirsch, die zu den Ursprüngen echter Jagd führt. In der Welt des Bergdschungels erwächst der Respekt vor der Kreatur und die Ehrfurcht vor der Schöpfung. Nur wer in diesem tiefen Bewusstsein handelt, kann schließlich sagen, ich jage. Begleiten Sie die Jäger in die Wildnis des Vulkanberges und erleben Sie das Abenteuer der Büffeljagd am Los Semingori. Die wahrhafte Herausforderung für jeden, der die echte Jagd erleben will. Ohne Wenn und Aber. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020